Musik Au Da sieht man richtig, dass Elfo eine Menge Erfahrung hat Was? Auf jeden Fall Ich stelle mal kurz das ein Option Controller Off Sorry Alter, will der mich verarschen? Egal, dann kann ich halt das letzte Zeug für mich Wenn es nicht reicht für die Prüfung Dann tut es mir leid Dann brauchen wir den Flugzeug auch nicht mehr hin Schöne 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 Welcher Das letzte weiß ich echt nicht mehr Boah, ey, bin so lange nicht mehr drüber gefloorgen Das ist ein Echt-Guten-Kram. Das GTA gut ist das so einfach, aber hier nicht. Hier ist das wirklich gut, die Obersteilung. Daraus. Ich frage mich, wie man das als Anfänger klappen soll. Da wäre man etwas nötig. Scheiße. Hier weiß ich jetzt schon langsam nicht mehr. Hier ist das. Die Obersteilung. Nein, nein, nein. Keine Ahnung, wie hier... Ich glaube, ihr seht gerade, wie ich meine Kuchen verkraft. Ich frage mich echt, wie ich sie damals auf uns geschafft habe. Also auf dem... Das macht mich so sauber. Da hatte ich... Wie ihr wisst, die Marken, ey. Ich hab hier echt nur... Verlaubsen. Boah, ey. Zum Glück... Oh, was ist das? Also... Du konntest... So... Juhu, juhu. Jetzt haben wir endlich Flugschein. Perfekt. Der Waffenschein ist easy. Also, dann haben wir eigentlich schon alles geschafft. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein Ärger, dass ich die Flugstrecke von ihm gezeigt habe. Das wäre ein bisschen blöd. Dann ändert sie doch bitte. Keine Lust, das Video rauszusuchen und zu löschen. Das wäre ein bisschen blöd. Der Probeer. Der Mr. T. Ja, so hieß er früher mal Mr. Tubilus. Also Mr. Tee war die Aufkürzung. Ach, waren die guten alten Zeiten schön. 3-9-4-3-7-4, ey, was ist das denn in Gründelung? 3-9-6-6-7-6-8-18-16-8-8-30-18- shnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann mir meine Kommentare schreiben, die ich generell einfach auf einen Winkelton im Proben kontinuier einfach mal zu halten, wenn ich eigentlich sowas wie eine Mose spielen oder was weiß ich, dann bewerbe ich mich da einfach, wie ein ganz normaler User. Wie ein ganz normaler User, eiskalt. Ich möchte ja keine Sonderrechte oder sowas haben, ich will einfach ganz normal spielen. Deswegen passt das so. Ja, genau, und das ist dann, weil ich das kann. So, das ist jetzt mal was eigentlich. Ich habe nur noch neun Leben, ich stunte jetzt nicht mehr. Ich habe nur noch neun Leben, ich habe nur noch neun Leben. Jetzt kommen wir fahren mal ohne zu pushen, wir fahren einfach mal ganz normal. Dann kommen wir, wir fahren mal hier. und ich habe einen Spot zu sperren Mailport, damit wir nicht mehr mailen können Report 25 war komplett dicht ich konnte nicht mehr ausmailen das kommt mir nicht an das ist scheiße jetzt lasse ich das mal nicht anderen fortlaufen wir sind fast neben der Port ich brauche das Problem das ich gestern nicht verpasst das war das Ups, Ups Boah, ich denke wir fahren echt hoch jetzt können wir pushen und landen wir fahren ganz normal fährt hier aber nur 120 oder so wir sind immer noch und wir haben ganz normal und wir haben noch keinen die was beim Der der dem der Toil der